Das ist eine Riesenchance für die Bayern! Wir spielen noch die Gelegenheit gehabt mit Mauer ein bisschen länger zu quatschen, weil es sich irgendwie ergab. Und er sagte, weißt du was, ich hab hier vor jedem Spiel nun erstmal auf die Chance. Der Bayern Thüring-Waldhof und sie machen's mit großer Ruhe. Feldern, wenige Stationen, große Ballsicherheit und ein extrem guter Abschluss. Christopher Scott 2-2. Wolfgang Spohnen für den Dribbel und gar... ...Berçika ekibi Antwerpörü'nde bu şekilde tamamlayalım. ... 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